Ja, herzlich willkommen zu diesem Scheiß-Video, sag ich euch jetzt schon mal, denn... Und ich sag auch nicht herzlich willkommen zu F1 2013, denn... Äh, ich könnte ausrasten. Ich könnte wirklich ausrasten wegen dieser fucking Nachricht. Herr, ich schmecke die Spiele, es beschädigt und wird gelöscht. Was fabriziert Codemasters seit drei Jahren hier für ne Scheiße? Ey, bei so was... Oh, könnte ich das Spiel nehmen, aus dem Fenster schmeißen, ja? Und sagen, kauft euch das Kacke nicht. Wenn ich schon so ne Scheiß-Fucking-Nachricht lese. Jetzt darf ich die ganze Kacke wieder von vorne machen. Ich weiß nicht, was mit Koop ist. Ich weiß nicht, was damit ist. Ich weiß gar nichts. Kann ich euch sagen. Ich weiß nur, mein fucking Spiechkin ist gelöscht. Halt dein Maul, ey. Halt dein fucking Maul, ey. Jetzt darf ich wegen euch ein Kack-Neues... Ja, das ist der, ja. Ja, Spiele, ihr kommt fucking alt. Lässt mich mit der Kacke doch hier in Ruhe, ey. Ey, sowas kostet mich ganz ehrlich an. Ja, kein anstrengendes Spiel auf die... Erstmal kein gutes Spiel auf die Reihe kriegen, was viele wieder sagen, ja? Und dann kriege ich wieder so nen Kack hier geserviert, ey. Als Mäu, ich will keinen Young Drivers testen, man. Verpiss dich, ey. Ja, hier, Alter, maul, dein Maul, ey. Ey, sowas regt mich schon wieder auf hier, ey. Ja, komm hier. Ey, so... Ja, komm, ja, ich geh gar nichts wissen, ey. Komm, ey. Ja, komm, lass mich hier in Ruhe, ey. Tschüss. Hallo, ich will raus hier. Danke. Fucking Spiel, ey. Sowas regt mich wieder auf. Ja, ist ein gutes Neufrei-Helm freigeschlicht. Ach, komm, lass mich einfach in Ruhe. Ja, ich weiß jetzt nicht, was mit Koop hier natürlich ist hier. Mit Koop mit Tobi. Darf ich jetzt neues Team hier schicken, ja? Ganz ehrlich, ich krieg die Krise von diesem Spiel. Wenn ich so eine Nachricht bekomme. Ey, ja, Karriere, könnt ihr euch jetzt denken, was ich mache. Ich muss die ganze Karriere neu scharten. Und zwar das Ganze dann im Sauber. Ja, kein Teamangebot, ist klar, ey. Ja, jetzt wisst ihr, jetzt kennt ihr meine Reaktion nochmal, ey. Soll ich die ganze Kacke nochmal machen? Ja, super, denke ich mir da die ganze Zeit. Ich hab jetzt keinen Bock gerade auf dieses Game, ey. Richtig scheiße, ey. Ja, ihr erwartet euch jetzt eine komplett neue Karriere hier. Erste Saison voll die Kacke, ey. Im Sauber, dieser schöne Weltmeisterschaft. Deine zweite Saison ist für den Eimer, ey. Keine Ahnung, was mit Koop ist. Wahrscheinlich muss ich mich mal einladen. Der ist leider nicht uns, sonst könnte ich euch das sagen. Ja, das ganze Setups sind weg. Ja, super, sowas freut mich. Mein Fazit zu diesem Game, ey. Das war's. Ey, das ist nicht mehr normal hier, ey. Tschüss, auf Wiedersehen und viel Spaß damit, ey. Sowas regt mich nur noch auf, ey. Danke, Codemasters. Danke hier, Steam, für diese Scheiße. Warum kann man nicht ein altes Norden-Spiel ohne Internetzwang erstellen, ja? Wo das noch normal, lokal auf dem Bezirp, nur abgespeichert ist? Wo man gar nichts mit irgendeinem Server abklären muss? Nein, heutzutage ist das hier skandartiert, dass die Autosave-Dateien gelöscht wird, ey. Ganz ehrlich, da kriege ich die Krise. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen meine Wut gerade auf dieses Game, ey. Ey, ich hoffe... Tschüss. Und vorher noch endgültig ausflippe. Tschüss. Vielen Dank.